Hallo, mein Name ist Yves Sandvord, ich bin CEO der ComDivision Gruppe und bei mir ist heute Tobias Pasek, einer unserer Cloud Architekten. Hallo Yves. Heute wollen wir mal über das Thema VCF reden. Was sind die Kernthemen, warum folgen wir Cloud Foundation? Das größte Kernthema ist zu 100% das Thema der Standardisierung. Ich bekomme die Möglichkeit, sehr einfach und sehr rasch standardisiertes Environment auszuladen. Aber was ist denn, wenn ich jetzt Außenstandorte habe? VCF bietet mir hier auch die Möglichkeit, das Deployment in Außenstellen für mich durchzuführen. Was ist mit Security, Sicherheit? Habe ich da in VCF auch weitere Vorteile? Du hast im VCF, und das ist eine Kernkomponente, NSX-T bzw. auch noch NSX-V dabei. Wie bringe ich jetzt VCF mit der Cloud irgendwo zusammen? Mit HCX bekomme ich auch die Möglichkeit, dementsprechend meine ganze Workload von meinen On-Premises Datacentern in die Cloud, natürlich auf VMC und EWS zu migrieren. Danke dir, Tobi, für alle Informationen über VCF.